Haartransplantation am liebsten sofort, klar, und in zwölf Monaten wieder dichte und volle Haare. Das ist der Traum. Denn sind wir mal ganz ehrlich, Haarausfall ist alles andere als geil. Es macht unattraktiv und nimmt Betroffenen das Selbstbewusstsein. Naja, ich kann zumindest von mir sprechen, bei mir war es nämlich so gewesen. Während meiner Zeit als Student zum Beispiel, habe ich mich wegen meinem Haarausfall in meinem Zimmer, in meinem Studentenwohnheim verkrochen, weil ich nicht wollte, dass die anderen mich sehen und denken, Herr, der ist doch viel zu alt, um zu studieren. Ich dachte, sie wollen so oder so keine Zeit mit mir verbringen. Und das alles, obwohl ich immer Käppi trug. Und die Betonung liegt wirklich auf immer. Ich trug wirklich immer Käppi und das acht Jahre lang. Und es ging so weit, dass ich mich sogar an den Frühstückstisch zu meinen Eltern nicht ohne Käppi setzen wollte. Selbst die haben mich in dieser Zeit nie ohne Käppi gesehen. Eine Haarverpflanzung konnte und kann ich immer noch nicht machen, weil bei mir die kahlen Flächen einfach zu groß sind. Ich bin einfach ungeeignet für eine Haartransplantation unter Berücksichtigung meiner Erwartungshaltung. Unser heutiger Kandidat ist wahrscheinlich auch nicht geeignet gewesen, aber hat trotzdem mit 21 sich der Haar-OP unterzogen. Das Problem an der ganzen Sache, das Ganze war vor vier Jahren. Heute ist er mit der Ist-Situation alles andere als zufrieden. Hier ist seine Nachricht. Hi Jakob, ich heiße, ist egal wie er erstmal heißt, und würde gerne deine Meinung wissen. Bin 25 Jahre alt und hatte meine Haartransplantation am 19.06.2019. Mittlerweile fallen alle Haare wieder aus und würde gerne wissen, ob es logisch wäre, Minoxidil zu benutzen oder nicht. Habe es noch nie benutzt und kenne mich damit nicht aus. Ich würde vorschlagen, bevor ich seine Frage beantworte, schauen wir uns erstmal seine Fotos an, denn er hat mir sehr detaillierte Fotos geschickt. So sah er nämlich 2019 im Mai vor seiner Haartransplantation aus. Was man hier sehr gut erkennen kann, ist, dass er vorne relativ wenig Haare hat, aber hinten zu tonsurgehend wirklich dichtes und kräftiges Haar hat. Grundsätzlich ist er für eine Haartransplantation sehr gut geeignet, wäre da das Alter von 21 nicht gewesen. Ich analysiere jetzt anhand seiner Fotos den Verlauf des Ergebnisses seiner Haartransplantation. Falls du aber eine kostenlose Haaranalyse möchtest und wirklich willst, dass mal ein Arzt darüber schaut, dann klicke einmal auf den Link unter diesem Video. Dort kannst du dich nämlich eintragen und dort schaut der Arzt wirklich über deinen Haarausfall und gibt dir Feedback bezüglich der Machbarkeit einer Haartransplantation. Und das wirklich Interessante ist, Freunde, in den Memorial Hospitals werden am Tag maximal drei Patienten behandelt, da der Doktor die Kanäle während der Haartransplantation selbst öffnet, die Haartransplantation ständig bewacht und sogar über die Fotos selbst schaut. Naja, zurück zum Thema. So sieht unser Kandidat nämlich am Tag seiner Haartransplantation im Juni 2019 mit nur 21 Jahren aus. Insgesamt sieht es nach einer guten Haartransplantation aus, die vordere Haarlinie wurde sehr dicht verpflanzt und nach hinten hin wurde es undichter. Die Verteilung der Crafts ist also in Ordnung. Auch die Craft-Anzahl wurde gut ausgewählt. Er hat mir die Craft-Anzahl nicht gesagt, aber anhand des Fotos würde ich die Craft-Anzahl auf ca. 2500 Crafts schätzen. Ich weiß, ihr wollt jetzt alle das Ergebnis sehen, denn das zeige ich euch jetzt. Vorher würde ich euch bitten, einmal das Video zu liken, Freunde, denn damit würdet ihr mich unterstützen und ich kann eure Unterstützung wirklich gebrauchen. Und wer keine Videos mehr verpassen möchte oder wem dieses Format gefällt, der kann gerne auch nochmal abonnieren. Darüber würde ich mich auch riesig freuen. Ich spanne euch nicht mehr lange auf die Folter, Freunde. So sah das Ergebnis aus. Zwölf Monate nach seiner Haartransplantation. Das heißt im Juni 2020. Und ja, das Ergebnis kann sich tatsächlich sehen lassen. Relativ voll, dicht und es sieht natürlich aus. Alles in allem ist es ein sehr gutes Ergebnis und er war auch wirklich happy. Aber dann passierte das, was vielen passieren wird, die im jungen Alter eine Haartransplantation machen, die Haare fallen weiter aus. Und so sieht er heute aus. Vorne kann man noch die transplantierten Haare sehen. Ja, vor allem in der Haarlinie sieht es relativ dicht aus. Wenn man von vorne auf ihn schauen würde, würde es noch dichter aussehen. Von oben sieht es natürlich relativ licht aus. Und jetzt ist die Frage bei ihm, wie sollte er weiter vorgehen? Erstmal das Positive. Er hat für eine Haartransplantation eigentlich eine sehr, sehr gute Haarstruktur. Problem bei ihm ist, dass der Haarausfall sehr früh begonnen hat, ähnlich wie bei mir. Und er wahrscheinlich im Laufe der Jahre einen sehr weit fortgeschrittenen Zustand erreichen wird. Wahrscheinlich ein Norwood 6 bis 7. Das heißt in erster Linie ist hier erstmal der Haarausfall zu stoppen. Er hat nach Minoxidil gefragt. Das Problem bei Minoxidil ist jedoch, dass es meistens nur temporär wirkt. Und ich würde hier eher ein Finasterid nutzen. Bro, eine Message an dich. Falls du dich für Finasterid entscheidest, geh zum Arzt, lass es dir verschreiben, lass dich aufklären. Und treffe darauf basierend die Entscheidung, ob du Finasterid nutzen möchtest oder nicht. Aber eins kann ich dir sagen. Mit Finasterid kannst du noch einen Großteil deiner Haare auf dem Kopf behalten. Und vielleicht sogar Neuwuchs generieren. Das Ganze würde ich zwölf Monate lang machen und nach zwölf Monaten schauen, wo du stehst. Und danach zur zweiten Haartransplantation greifen. Ganz nach dem Motto, das Kind ist bereits eh in den Brunnen gefallen, kannst du natürlich jetzt eine oder zwei weitere Haartransplantationen machen, um den besten Zustand zu erreichen, den du erreichen kannst. Wenn Finasterid bei dir richtig gut wirkt, dann kannst du richtig volles und dichtes Haar erwarten. Falls Finasterid bei dir nicht richtig gut wirken sollte, dann geht es mehr oder weniger um Schadensbegrenzung. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch allen mit diesem Video weiterhelfen. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.